Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Sky Factory Nummero 4. So, wir spielen weiter. Letzte Folgen haben wir ja die Glitch-Rüstung gemacht. Was ich als nächstes machen möchte gerne, wäre Androiden. Auf jeden Fall. Wir haben schon Advanced sogar. Das Problem ist nur, durchs Team Rogue kriegen wir da tatsächlich Sachen raus. Ich weiß nur nicht, ob wir da auch Legendary rauskriegen könnten. Das wollen wir mal ausprobieren. Denn ich würde gerne zum Android werden natürlich, habe ich ja gesagt. Und ja, da werden wir uns dann mal drauf hinarbeiten. Und wir sind ja auch relativ weit schon, im Endeffekt. Muss ich ja mal sagen. Und wir hauen den jetzt einfach mal da rein. Wir brauchen 512 AF tatsächlich, das ist viel. Wo wir ja zwei Dingens haben. Oh, das sollte gehen. Tatsächlich. Oh, wir haben sogar ein Pristine direkt gekriegt. Dann wollen wir das direkt mal benutzen. Und ich würde gerne einen Helm haben. Das ist ein normaler. Da ist ja die Frage, ob man, äh, auch Legendaries kriegen kann. Lass ihn einfach mal durchlaufen. Gucken wir mal. Ich würde jetzt nicht overwürgen, ne? Ja. Gut. Gut, gut, gut. Okay. Äh, wir schauen mal. Was können wir denn mal machen? Wir könnten theoretisch noch einen Ender-Pouch machen. Wir könnten genau das ME-System anfangen zu bauen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Weil die Dinger haben wir ja jetzt. Die ganzen Teile. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Inscriber, den wir schon haben. Wir brauchen dafür auf jeden Fall einen Controller. Ähm... Ah, E2-Stuff war hier drauf, ne? Genau. Das heißt, wir holen uns auf jeden Fall den hier. Das heißt, wir brauchen zwei Engineering-Prozessoren. Das kriegen wir hin. Engineering ist, äh, mit... Diamantos. Ist jetzt nicht so das Problem. Sollten wir hinkriegen. Guck mal, haben wir schon wieder zwei. Äh, ja, genau. Mal lassen wir das. Ich glaube, der kriegt tatsächlich nur normale. Da brauchen wir Silikon, ne? Ah, Silikon. Müssen wir Silikon machen? Äh... Light oder... Ah, okay. Das heißt, Crushed... Quartz. Crushed Quartz im... Ob hier, oder? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Die Frage ist, ob, äh, wir überhaupt Legendary-Stuffel kriegen könnten. Ich weiß gar nicht, ob der tatsächlich, ähm, doch gibt, Crushed. Dann habe ich nichts gesagt. Der Light-Furnace ist es nicht. Äh, eigentlich ist es hier der Energize-Smelter. Den kann ich aber nicht benutzen. Äh, ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Der müsste ich auch mal einbauen noch. Für mich selbst. Den habe ich nämlich noch gar nicht, ne? Dann nehmen wir mal kurz hier, äh, das hier. Jo, Pink Slime haben wir auch schon ein bisschen. Brauchen wir ja sowieso. Wir haben hier unten ne Legendary. Auf jeden Fall. Aber das war es auch dann. Alles normal. Das ist schon mal gut. So, pass auf, dann bauen wir uns nämlich jetzt mal den... Das ist ein Silikon brauche ich noch. Auf jeden Fall schon mal den. Das wollte klar sein. So, und wir bauen uns jetzt mal... Gucken wir mal. Gibt es da noch hier? Torso. Machen wir mal Torso. Auch ein normaler. Ja, Cannot beginne, ist mir schon klar. So, dann machen wir das. Dann natürlich das, das, das. Zusammengeknüppelt. Geknüppelt. Dann gibt es hier natürlich einen Prozessor. Das, das, das. So, dann bauen wir noch zwei Hopper. Bei Hopper. Das war ein Self-Aware. Das ist natürlich das höchste. Das haben wir ja sowieso schon hoch. Kommen wir Enderman und Wizard wieder rein. Self-Aware, das ist ja das höchste. Das haben wir ja schon. So, das hast du mal her. Mein Würstchen. Dann brauchen wir zwei Hopper. Haben wir noch Kisten? Ja. Bei Hopper. So. 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 Und so war es, glaube ich. Ne? Ja. Das ist der Advanced Inscriber. Der natürlich um einiges besser ist. Weil das Zeug dann da drin bleibt. Was natürlich ein riesen Vorteil ist. Können wir erstmal wieder hier hin. So. Ähm. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich Arschwoll Silikon tatsächlich. Das, das geht mir gerade ein bisschen auf die Nüsse. Dass wir, ähm, so ätzend Silikon kriegen. Kriegen wir da besser Silikon? Das ist die Stonework Factory. Weil es auch nicht so schlecht ist. Mit drei Diamanten Dingens. Oder Sand mit einem Crusher. Oder Homemanifactory? Moment. Schauen wir mal Sand. Warum mache ich mir das denn so schwer? Wenn man Sand nehmen kann. Einfachste der Welt. Dann brauchen wir eine Manufactory rein und fertig. Dann haben wir Silikon. Dauert zwar eine Zeit. Aber ist ja egal. So. Du machst das. So. Können wir jetzt mal weiter gucken. Wir könnten theoretisch. Das haben wir ja fertig. Haben wir nicht noch irgendwas fast fertig? Exploration brauchen wir ja noch nicht machen. Prestige. Twilight Forest. Ja, das ist noch nicht. Das wird noch was dauern. Achso. Das haben wir ja sogar. Können wir ja sogar fertig machen. So. Gut. Erledigt. Das haben wir nämlich fertig. Ja gut. Twilight müssen wir noch machen. Und Enderman. Enderman haben wir glaube ich noch nicht fertig, oder? Ne. Da fehlt uns noch ein bisschen. Wahrscheinlich war vielleicht ein Enderman hier drin. Ach. Habe ich ja ausgeleuchtet. Der Enderman Kopf ist hier drin. Okay. Das ist ein Auto-Klicker. Joa. Ich kriege auf jeden Fall neu hin. Ähm. Gut. Klicker-Hero. Das ist ein Auto-Klicker. Ein besserer Charger und so weiter. Uncrafting-Table. Äh. Uncrafting-Grinder. Mechanism-Configurator. Melter. Oster. Motor ist ja. Simple Storage Network. Aber Simple Storage will ich eigentlich nicht benutzen. Seht ihr gerade hier dabei. Logic Prozessor. Da brauchen wir ME Terminal. Energy Cell. Drive. Und eigentlich nur eine Storage Cell. Unter den Akzeptor. Simple Storage ist natürlich auch gar nicht mal so scheiße. Tatsächlich. Aber. Ich würde natürlich gerne auf einen anderen nehmen. So der kommt. So der kommt. Ne? Barschen? Ah. Da spawnt hier einfach so einer. Ey. Was ist denn da los? Schwäch, 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 du. Muskele ins Geiles. Aber wir nehmen jetzt mal die. Doppel. Habe ich ja den Modifier. Habe ich nicht. Okay. Dann werden wir jetzt mal. Gucken wir, wie Silikon wir haben. Neun. Das ist nicht die Welt. Aber immerhin. Da war schon mal hier. Kriegt jetzt keinen Strom. Ach so. Der kann das nicht, oder was? Belastend. Das ist jetzt wirklich belastend. Moment. Da brauchen wir den Akzeptor. Da braucht einfach nur ein Fluix-Kristall. Da braucht man Charged für. Sonst können wir den Akzeptor. Ach ja, da haben wir da schon welche gemacht, oder? Ja. Da brauchen wir Quarzglas, was wir noch haben. Und wir brauchen Eisen. Easy. Und da ist er schon. So. Dann könnte ich das eigentlich auch sogar sofort vernünftig aufbauen. Weil, der wird, das wird sowieso hier in den Kopf. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich noch Kabel habe. Habe ich noch Stromkabel? Ja. Sehr schön. Habe ich jetzt tatsächlich eigentlich nicht mit gerechnet, aber habe ich noch. So, guck mal. Jetzt geht's. So. Äh. Das haben wir. Ein Pfeil. Du kannst mal an die Seite gehen. So. Ein bisschen Silikon machen wir gerade. Wir brauchen... Der Terminal auf jeden Fall. Warf den Terminal am besten. Und wir brauchen natürlich Disketten. Und dann später brauchen wir für etwas Storage Buses. Und wir müssen natürlich den, ähm, genau dafür habe ich nämlich den Pink Slime gemacht. Wir brauchen nämlich den, ähm, ähm, Black Hole Controller. Genau, dafür hatten wir nämlich Pink Slime gemacht. Um halt später die ganzen Sachen da reinzulagern. Diese ganzen Sachen da. Oder kommt dann. Ja, das ist klar. So, wir brauchen ein MB Terminal, ne? Ein Crafting Terminal am besten. Erstmal. Wir brauchen auf jeden Fall... Das weiß ich jetzt schon. Äh, Quarz Glas wieder. Fünf Stück erst mal. Wir brauchen den Crusher haben. Das brauchen wir ewig dafür. Dann brauchen wir noch mal Glas. Glas. Wenn wir noch Glas haben. Das weiß ich gerade nicht. Pains. Da. Haben wir es tatsächlich noch. Könnte schon über einen Eimer sein da tatsächlich. Nix Neues drin. Keine Legendaries. Natürlich nicht. Okay. Welche Sache das? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da auch Legendaries rauskommen können. Äh, wie heißt der noch mal? Meta Overdrive heißt der. Genau. Genau. So, du bist fertig. Du gleich auch. Das heißt, wir brauchen ein erster Mal Terminal. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal den Illuminated Panel. Dafür brauchen wir den. Wir müssen Glowstone kaputt knüppeln. So. Das sollten wir haben. Jetzt kommt das Problem. Wir brauchen Flux Dust. Wir brauchen einmal. Ne. Wir brauchen zweimal Flux Dust. Das ist das mehr. Ich weiß nicht, da brauchen wir mehr. War nö. Das heißt, wir brauchen einmal diese Mendel. Diese. Diese. Und ein Nether Quartz. Diese. Und ein Logic Prozessor. Gut, dann wollen wir noch Logic Prozessoren machen. Mein Freund. Und Logic Gold. Gut. Gut, 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 gut. Es läuft. Langsam. Langsam, aber sicher läuft's. Aber ich muss unbedingt mal echt ein System haben, weil das gibt mir so ober Eier. Das ganze Romgeeiere hier mit den Sachen im Inventar. Und in den Kisten. Das nervt. Das nervt. So, reicht erst mal. Ach, ich hab keinen Platz mehr. Was kannst du nicht weg? Du kannst weg. Du, du, du. So. Klar, eine machst du noch. So, jetzt kannst du ein paar Logics machen. Los. Tu es. Uno. Dann haben wir wieder ein Achievement fertig. Drei. Perfekte Mundo. Boah, drei. Boah, ich mach ja noch ein paar. So. Missing Item. Kommt gleich. Bin. In Mache. So, da haben wir das ME Terminal. Dann möchte ich natürlich ein Crafting Terminal haben. Da brauchen wir noch einen Kalkulationsprozessor. Das ist natürlich wiederum ein bisschen doof jetzt. Weil der Calculation Prozessor, der wird mit Pure Zertus Quarz gemacht. Oder Pure Nether Quarz. Da brauchen wir die blöden Seeds. Dafür würde ich aber eher sagen, machen wir uns auf jeden Fall das Schmuckelteil. Da brauchen wir davon halt Arschviele. Da müssen wir ganz viel Quarzglas haben. Weil das ist ganz viel. So ein bisschen. Und wir müssen... Fluig Kristall haben. Und... Ja, die Sachen halt. Da müssen wir auch Feierzeuge haben für. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Glas. Das steht außer Frage. Wir brauchen Glas und wir brauchen auf jeden Fall... Glas und wir brauchen auf jeden Fall Kirchenskirchen. Das habe ich aber schon vergessen. Irgendwas brauchen wir noch. Scheiße. Ich habe es vergessen. Ne, da. Moin. Moin, jetzt noch ist. Puh. Wir brauchen Glas. Wir brauchen... Crushed Nether. Quarz. Und wir brauchen Fluig Kristall auf jeden Fall. Da kommt vielleicht das Problem. Ne, da brauchen wir die Sachen. Genau. Gut. Müssen wir davon noch was machen. Da brauchen wir noch ein bisschen Rettstöhne. Auf jeden Fall. So, wir haben die Teile hier drin. Acht Stück pro. 16. 24. 32. 32 machen wir. Hi, es hat Sinn. Hier. 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 Oh, mehr. Vier Stück. Vier Stück. Da kannst du aber nochmal 10 da reinschmeißen. Mein Freund und Kupferstecher. Oh, schon ein guter Sack Quarz. Er legt mir den Arsch. Läuft. Aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lass ein Like da, lass ein Abo da, lass ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Sky Factory Nummer 4. Tschüssingen.